Matthäus, Schneider, Prietz, Matthäus, Lothar Matthäus. Der Kapitän geht mit gutem Beispiel voran und erzielt im 138. Länderspiel seinen 23. Treffer für die Nationalmannschaft. Mit Verlaub, ein schöner Angriff, es wurde aber auch Zeit. Das wollte er dann schon selber machen, obwohl auch Marschall schussbereit da stand. Er umkurvt elegant Torhüter Jason Betty und markiert das 2 zu 0.